So, Freunde, ich war schon mal da heute, das ist das zweite Mal. Eigentlich sollte es ein Weekly Vault Video geben, von dieser Woche und letzter Woche, weil kein Video kam und das habe ich auch aufgenommen, aber ich bin die ganze Zeit gemutet gewesen und ich kann die Voids jetzt nicht nochmal aufmachen. Ich könnte mich jetzt selbst neu synchronisieren und das würde dann aussehen wie so eine schwarz-weiß und in Farbe Werbung, um dir was zu verkaufen. Aber ich sage mir scheiß drauf, weil wir haben in dem Video, ist ja nicht nur Weekly Vault, sondern das Ganze heißt auch Weekly Talk und ja, das ganze Gelaber aus dem ursprünglichen Video, das schenken wir uns. Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, und zwar am Samstag, den 27. Januar, das sind noch zweieinhalb Wochen hin, da wird ein Event stattfinden auf meinem Kanal. Und zwar das erste Event des neuen Jahres wird denn da stattfinden. Und zwar das Community-Solo-Shuffle-Tournament Teil 3 oder Teil 1 für 2024. Ihr habt die Möglichkeit, dort kostenlos dann teilzunehmen. Gesucht werden. Acht DPS, vier Heiler. Im Kampf um den besten DPS und den besten Heiler. Es wird zwei Gewinner geben. Wir haben 200.000 Gold im Pot, der aufgeteilt wird. Ihr habt die Möglichkeit, Gold zu donaten, damit es noch mehr Gold wird, was die Leute sich easy verdienen können. Und die Leute, die sich das easy verdienen können, einer davon könntet ihr sein. Wie ihr das macht, wie folgt. Ihr geht hier in die Beschreibung. Dort ist ein Discord-Link zu meinem Discord. Noob Point 6. Das ist das einzig wahre Discord, was jeder braucht und haben sollte. Dort gibt es einen Kanal, der heißt Events. Und in Events habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden. Das heißt, wenn dieses Video live geht, wird es hier ganz unten einen neuen Post geben. Und da steht alles drin, was ihr machen müsst. Eigentlich schreibt ihr nur rein euren Charakternamen bzw. euer Battletech-Namen ohne die Zahl. Plus da drunter, ob ihr Heal oder DPS spielen wollt. Nicht welche Klasse, nicht welchen Spec. Einfach nur Heal oder DPS. Und wenn wir eine Liste haben, dann werde ich das mit so einem grünen Haken bestätigen, wenn ihr gelistet seid für das Tournament. Also, nochmal die Randfakten. Discord, joinen auf Events, sich die ganzen Bums durchlesen. Und am 27. Januar 2024, 18 Uhr, Solo-Shuffle-Tournament auf meinem Twitch-Kanal. 200.000 Gold. Das hatte ich vergessen. So. Äh, wir sollen uns, äh, bestimmt vorher nochmal. Vielleicht nächste Woche zum Weekly Vault Opening. Und dann bin ich nicht gemutet. Aber, ja. Das soll jetzt, äh, für heute gewesen sein. Kurze Info. Und, äh, ja. Tschüss.